Verführung nach einer vorangegangenen Betäubung, die Sie unter irgendeinem Vorwand vornehmen, als Arzt. Aber das ist doch totaler Unsinn, Inspektor. Als sich herausstellte, dass Christel Wolf schwanger war, haben Sie vergeblich versucht, die Schwangerschaft zu unterbrechen. Bei den zurückliegenden Fällen ist es Ihnen gelungen. Aber das ist doch alles Unsinn. Sie haben einen Kollegen in der Stadt aufgesucht und Ihnen ins Vertrauen gezogen. Aber der hielt sich aus der Sache heraus. Ich fasse zusammen. Sie trafen sich mit dem Mädchen am 27. August, um angeblich mit ihr fortzureisen. Stattdessen brachten Sie sie um, nachdem Sie sie vorher betäubt hatten. Die Betäubung war notwendig, um zu verhindern, dass sie sich wehrte. Denn es musste ja nach Selbstmord aussehen. Dann legten Sie das Messer, das Sie im Wolfschen Hause vermutlich entwendet hatten, neben die Tote. War es so? Das ist doch alles heller Wahnsinn. Dies, Ihr privates Briefpapier, vergleichen Sie selber, hat das gleiche Wasserzeichen, das gleiche Muster, dieselbe Stärke wie der Bogen, auf dem der Abschiedsbrief geschrieben wurde. Er trägt die Handschrift von Christel Wolff. Ja, ja. Ein recht intelligent ausgeführter Mord, Herr Dr. Müller. Aber Sie haben sich mit dem Brief selber eine Falle gestellt und die ist jetzt zugeklappt. Das sind Vermutungen. Sie haben keine Beweise. Der erste Beweis ist dieser Brief des Mädchens auf Ihrem Briefpapier. Es ist anzunehmen, dass Sie ihn ihr diktiert haben. Ich stelle fest, das ist eine bloße Annahme. cái Bl Chrysler ist dann der erste Beweis auf Ihrem Gihythmia. Ältere Beweis aus helicopters auf Ihrem Haus υ